Komm, schalt deine Webcam ein, wir sind unter uns. Warum sind Sie der Kekker? Weil ich nach Paris wollte. Du hast Macht, dein Liebesleben. Ich kompensiere die berufliche Frustration durch intensive sexuelle Aktivitäten. Cool. Du bist dabei, dich zu verlieben. Wir haben echt Spaß, aber wir sind nicht zusammen. Was ist das Abgefahrenste, Erniedrigendste, das du erlebt hast? Und was für Bekanntschaften machst du? Schöne Bekanntschaften. Ich hab satt. Ich fühl mich nur noch etwas trauriger, etwas beschissener. Leyla? Beim Ernst? Sag mal, bist du bescheuert? Das kann einfach nicht sein, dass jemand so schön ist. Du machst gar nichts. Gibt es das Leben nicht schön? Ich bin so aufgeregt, ich könnte heulen. Ich bin so aufgeregt, 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 ich bin so auf